Und du hast, indem du zum Beispiel sagst, hey, Tarek, Fußborder, du willst jetzt Omerhead-Dipskopf. Dann kommen wir an, nach der Tarek, die neue Konkurrenz. Wunderbar. Die Boxen springen. Weil es schaffen nicht viele hoch, also es schaffen es nicht sehr hoch. Und das ist was, was ich glaube, didaktisch an einem Tag so weit vermitteln kann, dass wir es auch vorbereiten können.